Damit begrüße ich euch ganz herzlich hier wieder zurück zu Super Nintendo Entertainment System für Nintendo Switch Online. Und immer wenn es was Neues gibt, macht er natürlich automatisch die nächsten Spiele hier auf. Aber wir wollen heute nicht Kongos Paper spielen, sondern Super Punch-Out Special. Was ist denn jetzt so special an Super Punch-Out? 16 Bugpfeifengesichter verfügbar. In dieser Spezialversion von Super Punch-Out kannst du dich jedem Circuit und jedem Gegner stellen. Neben den Optionen Miner Circuit, Major Circuit und World Circuit ist jetzt auch der Special Circuit auswählbar. Normalerweise nur für Kämpfer verfügbar, die zuvor alle Circuits ziegreich abgeschlossen haben. Bei Special Circuit musst du mit den Boxern Nasus, Prince, Hoi, Qualo und Rick Bruiser und Nick Bruiser in den Ring steigen. Solltest du zuvor etwas Training benötigen, bietet sich die Option Time Attack Mode an. Übrigens war die höchste Punktzahl unter den Entwicklern bei Special Circuit wohl 583.550. Hast du das Zeug, diese Punktzahl zu knacken? Wenn ihr das Zeug habt, gerne damit ab in die Kommentare. So, dann schauen wir einfach mal bei Super Punch-Out SP rein. Was genau heißt das? Geil, Speicherplatz Nintendo. Championship Mode. Special Circuit. Alles ist freigeschalten. Ich werde dich nicht ein wunderschönes Gesicht anfassen lassen. Narcissist, wir sind fertig. Kampf! Wow. Oh, komm. Oh. 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 Okay. Ich höre ein Punch-Out-Eni wirklich gut. 1, 2, 3, 4, 5, fight! Na komm. Ach Mann. Ach, technischer K.O. Aber hey, ich hab ihn ein paar Mal getroffen. Ich würd sagen, war doch eigentlich richtig gut. Oh Mann. Okay, aber ich glaub, das hatte ich schon mal gefragt. Vielleicht gibt's ja hier den einen oder anderen Punch-Out-Spieler, der das Spiel schon mal gespielt hat und damit Erfahrung hat oder sogar schon so weit gekommen war. Komm hoch. Ich krieg's einfach nicht hin. Ich krieg's nicht hin. Oh, ich hab sein Gesicht erwischt. Sein schönes Gesicht und guck mal, wie böse er dann guckt. Damit hat er nicht gerechnet. Ach Mann. Tja. Aber hey, ich hab meine Punktzahl schon mal gesteigert auf 1150. Okay. Okay. Nein. Ich hab ihn noch fast. Ah, komm. Wow. Ich hab ihn mal wirklich so gut erwischt. Ach, und der kriegt gleich wieder Vollenergie? Okay. Okay. Ich bin ein One-Hit-Wonder. Aber egal. 3650 Punkte. Finde ich gut. Für mich. Ja, Little Mac, du hast verloren. Nintendo. Don't retire. Try again. 16 Wins, 3 Loses. Ja. Okay, also, ähm. Wenn man hier weitermacht, hat man ja auch noch hier Record-Views und Best-Score. Boah, Nintendo hat schon da Punkte gesetzt, aber es sollen ja angeblich sogar noch mehr gewesen sein. Personal-Record. Aber ist auch nett, dass Nintendo sich extra die Zeit genommen hat, das so alles hier reinzupacken. Und hier könnt ihr mal alle sehen, die zum Kämpfen da sind. Zum King Hippo. Ist er nicht mehr? Mad Clown. Super Macho Man. Nee, King Hippo gibt's nicht mehr. Oik, Wallow. Machen wir den einmal ganz kurz uns an. Wieso darf der mit einem Stock kämpfen? Okay. 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 Oh, komm. Wow. Er kämpft mit einem Stock, das find ich voll unfair. Und das ist Boxen, ne? Ah, komm. Ja. You lose. Schön. P.K.O. Okay, hier schreibt mir in die Kommentare, was ist euer Rekord? Wie fandet ihr das Spiel damals? Und, ähm, ja. Wünscht euch davon einen Nachfolger? Also, beziehungsweise es gab ja einen für die Wii, aber wünscht euch einen Nachfolger für die Switch? Ich bedanke mich ganz herzlich, sage bis zum nächsten Mal und ich bin euer Trohard Rhein. Chitze. Chitze. Chitze.